Auto und hat den Tank zerstört und drei Tankstellen in unserer Stadt. Es war so. Scooby hat ja nicht getankt, ne? Wir mussten also vorher noch tanken. Und Scooby kannte ja eine Tankstelle. Am anderen Ende der Stadt. Okay, da mussten wir also hin. So groß ist die Stadt auch nicht. Sind wir hin? Mindestens drei Minuten länger hat es gedauert. So, getankt, okay. Der Trick ist aber. Auf dem Weg wären auch zwei Tankstellen gewesen. Genauso weit. Voll witzig. Und was willst du uns hier damit sagen? Dass du schuld bist, dass wir das Spiel so später gekriegt haben. Ja, cool. Aber im übertragenen Sinne... Letztendlich muss ich dir ja danken, ne? Weil so haben wir einen Tag länger geglaubt, wir hätten ein gutes Spiel gefunden. Das Spiel ist auch gut. Gewesen, aber schlecht. Das stimmt. Hallo, Platz da. Ich möchte mich auch einschreiben. Die Wahl hier ist feste. Einst stolz... Ne, die guten Eugenbauten. Oder wo ist das Ding? Ist das jetzt auch... Boah, bestimmt im Keller. Ich glaube, der ist im Keller. Warum legst du schon wieder hier ein bisschen den Keller rein? Also deswegen lädst du auch so lange. Ein Computer ist schade. Das ist übrigens nicht hier da... Blöp, 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 blöp. Ich weiß, was das ist. Blöp, blöp, blöp. Blöp, blöp. Kannst du wirklich, dass oben das ist? Blöp, 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 blöp. Voll schön atmosphäisch. Blöp, blöp. Ist der eine Sonnenbrille? Ist ein... Man nennt sowieso Piratenschal. Naja, cool. Ich will gar nicht erst damit anfangen, wie man Leute wie dich nennt, die sowas von sich gegeben haben. Ach ja, wie denn? Das sag ich nicht. Du musst schon selbst herausfinden. Ich würde mal gerne so eine Fortschrittskurve sehen von uns bei Combine of Heroes, ne? Ich weiß nicht, wie es immer weiter runter geht. Von Null an, ja. So. Ähm. Okay. Fokui, die Scharfschützen oder so? Was? Was? Ich erinnere mich noch, als wir das hier, direkt als der Litschkin rauskam, gelavellt haben. Hier. Das war so, so ewig. Alles war neu und so. Man guckt hier so Nordend entgegen. Ja. Und erhascht die ersten Blicke von Nordend. Man hatte wirklich das Gefühl, dass man hier noch einen Brückenkopf etablieren muss. Ja. Und dahinter war auch keiner, weißt du? Und ich sie so der Erste. So. Ja, und überall kamen diese Achievements. Wir haben erst da, in das und das. Boah, da waren wir richtig vorne mit dabei. Das stimmt. Das war eine geile Zeit. Ja, eine geile Atmosphäre. War eine geile Zeit. Ja, das ist gut, hier ist es gut. Wenn das nächste Add-on rauskommt, sind wir mit dem Let's Play direkt mit dabei. Ich hoffe, dass wir es nicht so schwer werden, wenn niemand sieht, wie sehr wir es haben. Boah, ich übelst ein Leck. Das ist komisch. Ich habe nie Lecks. Cool. Das stimmt ja immer nicht. Die Lecks sind zu vernachlässigend, die ich habe. So, ich brauche ein Gegengift. Alter, wenn dein System Maß gäbe, hätten wir vielleicht die Hälfte der Kamen in der 4 Uhr Spiele spielen können. Das wäre für deine Ladezeit draufgegangen. Boah, hier gibt es sofort eine Waffe. Wo kriegt man das Gegengift? Wie krass viel ausdeutscht, wenn ihr. Boah, wie viel... Boah. Oh. Wie zauber, Mann. Ich glaube, man muss hier ins Schiff rein. Ich habe den Morgenständen des Sanitäters. Das passt ja zu mir. Wie ruhig, so ein Sanitäter. Mit dieser Sanja-Ausrüstung, wo noch so ein großes Kreuz drauf ist. Und dann geht der ab mit dem Morgenstern. Wo hast du denn... Ach ja. Warum stirbst du? Trank habe ich nicht mehr. Koja, mach was. Oh Gott, guck mal. Ich habe mich geheilt. Oh, hier ist noch ein Gegner. Ich habe mich nochmal geheilt. Habe ich noch nicht. Jetzt habe ich alles gemacht. Du bist da. Oh. Mein Gott. Mein Gott. Koja, hättest du mir nichts gesagt. Das war knapp. Gut, ich habe was Okkultes gefunden. Mit deinen Okkulten immer. Du wolltest auch einen Okkulten? Skillbaum für... Skillbaum für... Guck dir das ja mal an. Das ist nicht okkult. Du musst dem... Dem Quest... Auf den Schädel anzugucken, sonst guckt er zurück. Das darf er ruhig. Das ist schon geil jetzt hier in Norden zu sein, Michael. Ich freue mich auf den ersten neuen Ausrüstungsschub. Ich freue mich so, dass wir jetzt schon so weit sind mit dem Let's Play. Das ist so richtig jetzt. Oder? Wir sind noch nicht mal im letzten Adon. Noch nicht mal ist ja gut. Let's add on, da spielen wir ja guckzuck durch. Ich wollte es dir nicht sagen, Koja. Aber nur weil ich durch Kataklysmus so schnell durchlevel, heißt es nicht, dass wir das auch können. Sie bekommen, wir haben jetzt Flammenspuckertöten. Also ich habe hier gerade einen Quest abgegeben. Sie nehmen alle so viel Damage. Ich sage doch mal was. Ähm, aus. Ich weiß auch warum, weil so scheiße viele waren. Sie sind so eklig. Spann, ne? Wenn so ein Ding auf dich zukommt, kriegst du Schock fürs Leben. Das ist so eine fliegende Spinne im Prinzip, ne? Äh. Hol mal noch einen runter. Ich hole dir jetzt keinen runter. Oh, Koja. Da habe ich den runter geholt. Ihr habt es alle gesehen. Koja hat mir im Internet einen runtergeholt. Ich finde es nicht eklig. Ich finde es nicht eklig. Sprengstoff. Schnell ich praktisch fliegen zu können muss, ja. Was für ein Tapfer, Mann. Was ist denn da ab? Ist das hier nicht so ein Ding, was man sprengen sollte? Oh, hier oben. Ich bin zu weit weg gewesen. Ich habe hier kommunikiert, der Kultisten. Das müssen wir auch einsammeln. Das hat so ein Typ, das kommunikiert, ne? Ja. Ich spreng das hier nochmal für dich. Danke. Und genieß die Show. Brauchst du jetzt noch so ein Kommunikier? Noch eins? Überhaupt eins. Also überhaupt eins. Also brauchst du noch eins. Wie schnell man ihr levelt, ja. Ich sehe es nicht. Tja. Hast du? Ich habe nur nicht gelootet. Was ist ganz dabei gewesen? Ich habe auch nichts. Ich habe auch nichts gelooten. Warum machst du so für Dramat? Klingelsturm. Hier ist ein erstklassiger Heiltrank drin, kannst du mal mitnehmen. Hast du jetzt bekommen? Ne, immer nicht. They're making me sick. Ich finde das Outfit zu geil. Ja. Ich verstehe. Ist nicht dabei. Also bei mir steht, dass das Quest noch gar nicht angenommen ist. Weil du die Voraussetzungen nicht erfährst. Gab's denn das? In der City. Könnte mich irgendeins wohl erst abgeben. Also vom Hauptmann, vom Allerobersten. Kann schon sein. Ja, dann ist das das. Hast du sonst alle abgegeben da drin? Naja. Wir müssen mal auf den gleichen Stand kommen. Ja. Kann ich dir das hier teilen? Ich hab da irgendeins... Jo, das ist nämlich beim Chef, ne? Kannst du da schon eins abgeben? Ja. Ja. Von General. Ja. Hallo, hey. Und General. Ja. So, ich hab jetzt drei Quests. Einen zum Abgeben. Einmal stopft die Schlupflöcher. Und kommunikiert. Schlundlöcher. Ja. Aber es sieht ja auch Schlupflöcher aus. Ja, dann besorgen wir dir das Teil jetzt. Gucken, sind hier beim anderen Schlundlöcher zu tun? Ja. 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 Ja.